Vergangenheit Steve hatte entschieden, dass ich dieses Wochenende für drei Shows 2.500 Kilometer im Zug verbringe. Ich mag Vergangenheit Steve nicht. Erste Station war Rottershausen, wo ich mit einem amtlichen Gewitter empfangen wurde. Das Upgeht die Luzi Festival ist ein wunderschönes kleines Festival, was mit sehr viel Liebe von der Dorfgemeinde selbst veranstaltet wird. Wegen des Gewitters konnte meine Videoshow nicht realisiert werden, daher habe ich mir im Backstage noch schnell eine SD-Karte mit der Musik-Ready gemacht. Laptop konnte ich mir dann sparen. Ja, es gab hier gerade ein großes Gewitter, deswegen ist das Programm ein bisschen verzögert, aber mein Set findet wohl doch pünktlich statt um 0.30 Uhr. Jetzt gehe ich nochmal aufs Klo und dann geht's los. Ich würde vorschlagen, wir warten noch sechs Minuten. Wegen der Verzögerung habe ich die erste Hälfte meines Sets parallel zum Headliner gespielt, danach wurde es aber noch richtig schön. Das erste Glas Saft trinkt man immer sofort. Ich mache die Regeln nicht. Und dann wurde ich noch mit diesem süßen Bulli zum Bahnhof gefahren. Von da aus ging es ganz nach oben zur Kieler Woche zum Bordercunt Festival. Nach 90 Minuten musste mein Set unterbrochen werden, weil zu viele Leute aufs Gelände wollten. Moin vom Hamburger Hauptbahnhof. Die Nacht habe ich im Hotel in Hamburg verbracht, weil in Kiel zu Kieler Woche ungefähr alles viel zu teuer ist, wenn man da übernachtet. Deswegen sind wir gestern noch mit dem Auto von Kiel zurück nach Hamburg gefahren. Kiel, fantastisch, Bordercunt Festival. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Leute gekommen sind extra. Vielen, vielen Dank nochmal Kiel und es hat mega Spaß gemacht. So, jetzt fahre ich acht Stunden oder neun nach Konstanz und werde viel Langeweile haben. Die Verbindung von Hamburg nach Konstanz war ein bisschen abenteuerlich und hat sich während der Fahrt auch nochmal ein paar Mal verändert. Deswegen hatte ich mich entschieden, ich fahre jetzt einfach von Hamburg durch nach Zürich. Ich steige in Zürich um nach Konstanz und das ist insgesamt einfacher. Es würde ein paar Minuten länger dauern, aber ich muss nur einmal umsteigen im Grunde von Hamburg. Wir waren sogar fast pünktlich und ich dachte, wow, diesmal könnte es vielleicht glatt gehen mit der Bahn. Der Zug fährt jetzt gar nicht nach Zürich, sondern der hält jetzt in Basel und schmeißt uns hier raus. Das haben wir jetzt gerade erfahren, jetzt hält der Zug auch schon. Grüezi in der Schweiz, sagt man, glaube ich. Die Schweiz spielt gerade in der M gegen Italien und ich glaube, hier ist Public Viewing im Bahnhof. Alle ganz gespannt. Ich drücke die Daumen, liebe Schweiz. Bitte alle Reisenden auszusteigen, zu verabschieden. So, ich war jetzt zwei Minuten auf dem Zimmer und jetzt kriege ich hoffentlich ein Taxi und dann bin ich noch relativ pünktlich vor Ort. Auch hier gab es eine zeitliche Überschneidung mit dem Headliner und der war in dem Fall Fußball. Danach wurde es aber auch hier noch richtig schön. Wir, 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 wir! So, die�� Gäste hier in halbster.